Schade eigentlich, oder? Dass man die Familienmitglieder nicht einfach mit ins Büro nehmen darf. Natürlich ist das schade, aber wegen der Verwandtenaffäre da... Welche Verwandtenaffäre denn? Ja, das war halt damals, wo ein paar CSU-Abgeordnete und durchaus auch einige Minister, verbotswürdige Weise, ihre Familienmitglieder auf Staatskosten bei sich angestellt hatten. Meinen Sie zufällig die 56 hier? Ah ja, es ist gut, wenn man es so groß ausdrückt. Dann schaut es natürlich so groß aus, wie es damals war. Aber jetzt noch mal ehrlich, so ein großes Plakat haben sie keinen Platz mehr für die SPD. Wir haben ja daraus gelernt, das ist ja nichts. Ach, deswegen hat Herr Sauter seine Töchter auch nicht auf Staatskosten beschäftigt, sondern privat und hat die Provisionen für den Mastendeal einfach bei der Firma der Töchter versteckt. Und sagen Sie jetzt nicht, deswegen heißt es auch Tochterfirmen. Doch nicht. Aber seit damals, wissen Sie schon, hat die CSU einen eigenen Ethik-Kodex. Uiuiuiui, was steht denn da drin? Ja, dass man das nicht macht. Da sind Sie von ganz alleine drauf gekommen. Nein, 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 also diesen Kodex haben schon echte Ethik-Experten geschrieben. Inspiriert sogar von einem Kardinal, dem Kardinal Höfner. Sagen Sie, war der Kardinal Höfner nicht vor allem Experte in der Duldung von sexuellem Missbrauch? Ja, es ist die Duldung von Missbrauch und die CSU. Sehen Sie hier wieder zwei Dinge miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. CSU und Ethik. Ja, genau. Da ist in dem Ethik-Kodex auch steht da ganz deutlich klipp und klar drin, dass die Abgeordneten, die müssen in den Parlamenten auflegen, in welchen Größenordnungen sich ihre Nebentätigkeiten abspielen. Vielleicht haben der Sauter und der Nüßlein nicht gewusst, dass sie eine Ethik haben. Nein, 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 das haben die ganz genau gewusst. Weil wir von der CSU, wir haben ja extra einen Compliance-Ausschuss gegründet, wegen der Korruption. Für die Partei oder fürs Image? Sie, das ist eine ganz bösartige Untertreibung. Ich frage nur, weil seit Einrichtung dieses Ausschusses vor sieben Jahren dieser nicht ein einziges Mal getagt hat. So? Ja, wahrscheinlich, weil wir in der Zwischenzeit überhaupt keine Korruptionsprobleme haben, also bis auf die zwei Hanseln. Ich weiß, was Sie hier machen. Herr Otto, Sie versuchen wieder mit der CSU die gesamte Union zu beschmutzen. Aber das würde Ihnen nicht gelingen. Also von der CDU habe ich auch einen. Hier, MdB, Nicolas Löbel. Ach so. Ja, sehen Sie, es ist ja nicht nur ein CSU-Problem. Der hat 250.000 Euro für Masken, die es kassiert. Ja, schauen Sie, wir von der Union haben ja blitzschnell reagiert. Und wir haben alle Abgeordneten im Bundestag aufgefordert bis zum 12. März. Da müsst ihr eine Ehrenerklärung unterschreiben, dass ihr euch nicht bereichert habt. Also auch der Mark Hauptmann, MdB aus Thüringen, ja? Der Mark Hauptmann? Schauen wir mal nach, ob der Mark Hauptmann so... Ja, ja, schauen Sie, der hat auch unterschrieben. Am 10. März, genau. Und da sehen Sie, es ist ein sehr effektives Instrument, diese Ehrenerklärung. Weil, wer würde denn seine eigene Fraktion anlügen? Also außer der Mark Hauptmann. Ein Tag nach seiner Unterschrift unter der Ehrenerklärung kam raus, dass er auch Masken vertickt hat. Seine Partei hat dafür eine Spende von 7.000 Euro bekommen. Sehen Sie, er hat sich also gar nicht selbst bereichert. Er selbst soll 55.000 Euro bekommen haben. Ja gut, jetzt müssen Sie schon die kleinen Fische zusammenkratzen, um Ihre Tafel hier vollzukriegen. Später nochmal eine knappe Million. Ja gut, ich meine, wo beginnt Bereicherung? Wo hört sie auf? Im Vergleich zum Sauter ist doch... Sehen Sie, der Mark Hauptmann, der hat doch eingesehen, es war ein Fehler. Und hat Platz gemacht, hat sein Mandat hergegeben. Und dann hat er Platz gemacht quasi für den nächsten sauberen, anständigen CDU-Bundestagsabstand. Und dann hat er noch ein paar Abgeordneten-Kandidaten. Hans-Georg Maasel? Sauber. Schauen Sie, vielleicht sollte die Union einfach von Ihren Abgeordneten eine zweite Ehrenerklärung verlangen, in der drinsteht, dass die Angaben der ersten Ehrenerklärung wahr sind. Oder eine dritte Ehrenerklärung. Aha, wo man bestätigt, dass das, was in der zweiten Ehrenerklärung drinsteht, auch stimmt. Was ja eigentlich nur ist, dass man das, was man in der ersten Ehrenerklärung gesagt hat, auch tatsächlich bestätigt. Oder eine vierte Ehrenerklärung. Tja, unser erstes Hindernis hat der Max ganz gut umschifft. Aber Herr Laschet, war denn das aus Ihrer Sicht als Unionsexperte so ganz korrekt dargestellt? Ja, wie hören verbrannt sich die CSU anstellt. Also wie blöd muss man denn sein, dass man wegen der Verwandtschaft in eine Affäre hineinkommt? Wenn ich mich recht entsinne, dann haben ja Sie, Herr Laschet, für die Polizei in Nordrhein-Westfalen 1,25 Millionen überteuerte Masken bei der Mönchengladbacher Modefirma Van Laag bestellt. Und das Ganze ohne Ausschreibung? Der hat ja keine Ausschreibung gebraucht. Das hat ja mein Sohn vermittelt, der ist ja Modi-Blogger. Der hat ja Geld gekriegt von Van Laag. Mhm. Ah, das ist jetzt aber nicht der Stoff, aus dem man eine Affäre macht. Aber die 1,2 Millionen Masken, die Sie bestellt haben, die sind doch aus Stoff. Na und? Inzwischen ist aber FFP2 Standard für Innenräume. Na und? Jetzt sitzt Van Laag also auf Millionen Stoffmasken. Naja, so ist es eigentlich nicht gedacht. Die Masken sollten wir schon aufsetzen. Ja, aber die Masken, die will ja die Polizei gar nicht. Und auch die Opposition kritisiert ja, dass die Polizeiarbeit durch die Stoffmasken behindert würde. Weil die Verbrecherjagd in Innenräumen wäre ja dann illegal. Ja, aber der Maskenauftrag ist ja schon beendet und es ist alles neu ausgeschrieben. Äh, also dann jetzt für FFP2-Masken? Na, für Stoffmasken. Weil Sie Schadenssatzforderungen von Van Laag fürchten? Na, wegen der Hautfreundlichkeit. Aber wer soll denn die Masken tragen? Da ist ja ein Polizeilogo drauf. Na, die Polizei? Ich bin Achim Laschet. Von mir kriegen die Leute immer das, was sie nicht wollen. Sie heißen Armin. Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut. Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Wer hat sich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Ich... 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 Ich...